Scheiße, ich sehe nicht mehr, weil ich jetzt schminken kann. Oh mein Gott. Ähm, machen wir das wirklich? Alter, das ist voll verschickt, was zu tun. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ey, das ist bestimmt auch voll verschickt, das so anzuschauen, weil wir so über Kopf da hängen. Heute ist wieder Nicole dabei nach 10.000 Jahren, weil wir haben Bock ab, ein Video zusammenzudrehen. Ich finde, man sieht nicht mal bei Peace. Oh Mann, sieht so komisch aus. Wir drehen heute eine Make-up-Challenge über Kopf und das kann was werden, weil das Blut läuft in den Kopf. Mir wird schon schlecht und schwindelig und ich komme nicht mal an das Make-up ran. Oder halt, mir sind gerade schon eine Pinze runter. Also so, mein ganzer BH sieht man so hübsch. Wo ist mein Pinze? Warte, warte, warte. Ich hab meine... Ich muss halt mein Gesicht tun, das geht sonst nicht. Okay, warte, schnell, schnell, schnell. Bis nächstes. Alter, mein Gesicht ist knallrot, gar nicht mehr meine Nuance, welche ich hier gerade auftrage. Weil mir auch immer, wie ekelhaft das ist. Alter, Hilfe. Deine Nase sieht echt schlimm aus. Wie soll ich jetzt hier so irgendwie mein Concealer finden? Alter, ich kann... Ich bin einfach zu blöd, die Foundation einzuarbeiten. Wie bist du so schnell? Ich schaff's gerade mit meiner Foundation nicht. Leute, die gelegentlich sich über dem Kopf schminken... Kriegen eher Krebs. Ehrkrebs. Also, das wär's noch. Da muss es erst mal so viele dumme Menschen geben wie uns. Sieht man deine Ader an der Seite auch so krass? Die ist voller Blutbange, Alter. Ich sah aus, als wäre ich gerade richtig wütend oder so. Ist es bei dir auch so? Oder hier, guck mal hier. Oh, fuck it. Oh mein Gott. Ich komm, ich muss mein Concealer an. Leute, die sich das dann anschauen, denken sich... Wer kommt auf so eine Dummerlin? Einmal nachmachen. Wir denken uns auf... Ich hab viel zu viel Concealer unter den Augen. Ein bisschen. Scheiße. Ich hab gerade mein Make-up irgendwie falsch schon aufgestellt. Wo ist der Spiegel? Ach, das ist so ein Geräusch, das du von mir gibst. Kann sein. Ich tufte es jetzt einfach damit ein, weil ich hab so viel... Aber ich dachte jetzt so, wenn die Base stimmt, dann wird alles super... Alter, wie wird das denn mit dem Augen-Make-up? Augenrohen. Eyeliner. Lippenstift. Ich glaub, das ist so schlecht. Du bist ja auch ein bisschen schlecht. Ich fühl, warum hab ich dir... Stimmt. Erstmal nachts ein Video. Echtig, geile Nummer. Alle wie... Pfff. Der ist so ziemlich in die Fresse geflob. Ja, die ist... Hab ich irgendwo jetzt... Konklin... Nee, ich glaub nicht. Ich find selbst Pudern falsch wie Ruckoff. Nein, ich muss so rum, damit die Leute sehen, was für eine Fresse... Also Leute, dich hier in der Mitte, sehr schön. Uh, Dankeschön. Oh, ich hab so Kopfschmerzen. Wie weit bist du denn? Kontrollier einfach so ein bisschen durch die Welt und... SD-Scheiße sehen. Was war das für eine Kacke-Gehren-Video, Alter? Ich weiß noch nicht, wie du auf sowas gekommen bist. Ich falle safe. Nein. Ich bin kurz vorm Abkratzen. Also... Oh. Ich hab schluss gerade, dass die Farbe mir entgegenkommt. Eihihi. Kuckuck. Du bewegst dich so. Ich hab jetzt extra Pudel genommen. Gelb, weil Gelb, glaub ich, bei mir los gewesen. Oh. Oh. Oh, Augenbond sind echt schwer. Oh, ich krieg ja eine Luft in meinem Kopf. Lass uns so so kurz am Mann mit unserem Kopf. Alter, wie weit bist du schon? Ich hab meine Augenbond jetzt einfach mal fetter gemacht. Weil das ist cool. Siehst du sie? Oh mein Gott. Scheiß drauf. Ich lass sie. Ich lass sie so. Sieht doch sexy aus. Mein Gott, Nicole. So geil, wenn das wieder zurückfließt, das Blut. Ja. Das ist echt befriedigend. Das Gefühl. Ähm. Ähm. Rosa Make-up machen, weil ich dachte so, wenn schon, denn schon. Ich hab den Eyeliner schon verkackt. Ich hab nie mal eine Base oder so drauf gemacht, weil die rettet auch nichts mehr. Oh mein Gott, Hilfe. Nicole, Eyeliner ist katastrophal. Mach's nicht. Ich mach's. Aber krass geht das. Zeig mal. Ich hab ein bisschen ausgebessert. Alter, der ist übel gut. Ja, ich hab mich ausgebessert. Da waren gerade so zwei Striche. Meine Hand, wo ich den Spiegel hebt zutat. Ja, wir haben eine auch. Die ist auch schock. Oh, der ist besser, als wäre ich nicht über dem Kopf gewesen. Zeig mal. Der ist übel gut. Uh. Äh. Die Sache wird, der linke wird jetzt nicht so. Ich jetzt hab ich Überschiss, dass ich's nicht so cool haben will, komm wie du. Ey, it's no joke. Ich hab noch nie so einen guten Eyeliner hinbekommen. Äh. Ja, ich... Oh, das tut alles so weh. Alter, mein Augen-Make-up ist eigentlich übel geil. Echt? Schau mal. Oha. Voll süß, gell? Ja. Wollen wir kurz Luft schnappen? Das ist so alt dafür. Und ich würde gerne meine Hand ausschütteln. Ja. Alter. Das ist übel, vor allem schön fein. Die ist heftig. Die ist gut. Die ist richtig heftig. Das ist nett so. Ja, wie gesehen ich die? Ich glaube, der hintere, finde ich, ist da ein bisschen anders wieder. Ich fühl mich grad so, als hätt ich voll viel getrunken. Ich fühl mich betrunken. Ah, jetzt brauchen wir kein Alkohol mehr, ne? Schade. Nächstes Mal getrinkt. Trunk with us. Boah. Äh, was mach ich denn jetzt? Boah, sowas wär voll mein Ding. Ich weiß nicht, da kommen bestimmt alle und sagen, oh. Vorbild. Vor allem sowas wie, irgendwie, man macht sich so ein Challenge, dass man irgendwie so drei Aufgaben einmal auf einem Bein balancieren und so. Und dann trinkt man immer eine Mischung und labert über Girls-Them und am Ende von der Mischung macht man immer die Aufgabe wieder. Ja. Und schaut, bis es einer nicht mehr hinbekommt. Das ist ja eine Katze. Ja. Ich hab einen Nacktkatzen. Oh mein Gott. Du wackelst. Oh. Mann, ich hab's so kackt. Guck mal. Ne, der geht voll. Der ist stumpf. Der stumpf? Meine ist auch nicht so. Alter, das ist doch nicht dein Ernst, dass du mir jetzt über den Baum streichelst. Ey, weißt du, die müssen nicht kitzelig? Ne. Ne. Sie müssen sich wenig angespannt werden. Ich bin hier gerade in Hochkonzentration. Merkst du das nicht? Guck mal, ich hab hier zwei Linien gebildet. Ey, ich wollt grad sagen. Oh, ich brauch Wimpernzange und... Wimpernzange, schau's an der Wimpernzange. Ey, das sind richtige Talente. Oh, shit, ey. Ich guck gerade, ob ich irgendwas vergessen hab, ey. Safe. Oh, f***. Oh, Gott. Das wird... Ich bin gef... Nein, ich verlieg gerade in meinem Paschen wieder. Ich bin wieder gefühlt nackt. Die ist schon wieder runtergefallen. Ich jetzt? Ja. Ähm, ich weiß echt nicht, wie man die aufsetzt. Ich seh nämlich mein Auge nicht. Über Kopf. Boah, das ist, glaub ich, das Schwerste. Oh mein Gott. Alter, hast du die gerade einfach so hingepinnt? Ja. Boah, kurz den Kleber. Alter, wie kannst du das so gut? Ich kann das bei mir selber so schlecht. Ich kann's bei anderen eigentlich. Ja! Nein, bitte sag mich das irgendwie wieder... Ah! Auch nicht. Guck mir ins Gesicht. Äh, die Kroll, das sieht aber ein bisschen falsch aus, was in deinem Gesicht ist. Was mach ich jetzt mit dem? Da läuft der Kleber runter. Ich mach's mit meinem... Ach, du Scheiße. Lass den Kleber, mach so Glitzersteinchen drauf. Nein. Back in der Luft. Du bist fertig, Alter. Ich hab noch nicht mal die Lippen... Oh, es klebt hier gerade alles. Oh, Scheiße. Also, das sieht echt... Wenn was scheiße aussieht... Dann sind's meine Lippen. Ach, du Kacke. Lippen machen das scheiße, gell? Das ist so volle Konzentration. Alter, weißt du, wie ich gerade aussehe? Als hätte ich mich so... Versucht mit 13, 14 zu schminken. Äh. Weißt du, wie gut das gerade tut, dass du wieder Glück im Kopf hast? Äh, ähm. So, wenn wir jetzt so an uns ran sind würden, ich glaub, wir würden echt schlimm aussehen. Vor allem jetzt noch, wenn man das so über den Kopf dreht, weißt du, so richtig rumdreht. Sie sollen kurz unsere Fressen sehen. Ja. Ey, es sieht gar nicht so schlecht aus. Also, mein, es sieht schon schlimm aus. Nee, wenn man so an der Kamera zieht, ist es gar nicht so schlimm. What's poppin'? So, das war's jetzt mit meinem, unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin. Tschüss. Und einen wunderschönen Tag. Au. Adios. Amigos. Amigos.